Okay. Guck mal raus. Super. Das ist geil. Ich habe keine Ahnung gar, dass das überhaupt geht. Ich war zuerst voll aufgeregt, ich habe voll Angst gehabt. Wir sind jetzt gerade herbekommen mit Bob und es war einfach richtig cool. Hat echt Spaß gemacht. Es ist schon richtig schnell. Es ist spektakulär als erwartet. Super. Das war wirklich super, ja. Das ruckte ich in der Kurve brutal in den Sitz. Also es ist wahnsinnig aufregend. Vor allem die eine Doppelkurve. Ehrlich gesagt, das fühlt sich einfach nur geil an und es kann nur passieren. Ja, das war also wirklich ein Erlebnis. Ich finde, ich bin nur ein Durchlachen während dem Fahren. Mega lustig und die Stimmung ist echt super da oben. Mega freundlich, total zuvorkommend. Da mit Bewirtung und allem. Super organisiert. Richtig cooler Veranstaltungsort. Da kannst du sicher als super Firmen feiern, wenn ich ein Geburtstagsfest oder jeglicher Anlass. Mega cool machen das. Folgen ja. Ja. Und hoffentlich können wir noch mal wieder fahren. Wir haben den Helm herge, wir fahren gleich nach. Macht Spaß. Auch mehrmals noch, wenn es nicht darf. Pack nochmal fahren. Ja. 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 Ja.